Da die Bienenflucht ab muss, war gestreckt mit einem Blick in den zweiten Honigraum, wie es in dem jetzt so aussieht. Ich gucke das auch noch mal ohne Rauch. Die Bienenflucht mit Bienenpölz, ich schicke die ab, alles über voll, auch die Bienenflucht Hier ist ein bisschen vollgebaut. Ich ziehe mal so eine Wabe raus. Das ist nicht ganz so ordentlich, wenn man das gerne hätte. Ich nehme mal so einen Anfangsstreifen und da sieht man, dass noch ein bisschen was nicht verdeckelt ist. Könnte man rausnehmen, könnte man auch noch lassen. Ich nehme jetzt den Honigraum vorsichtig ab, stell den daneben. Die Bienen sind sehr fleißig. Die Bienen sind sehr fleißig. Ich schaue mal, ob ich noch etwas ab... ein Abneuer da kann ziehen. Ich schaue mal. Alle anderen kommen aus. Die Böden sind sehr frein und schon kurz. Ich bin dran. Ich muss grundsätzlich über 최고 die Böden zeigen. Ja, ich bin dran. Ich bin dran. Ich gebe das jetzt noch ein bisschen ab. Ich habe meine Br olgastic. Ich habe meine Brasche kriege. So, also der Plan ist, würde ich schon abnehmen, wenn man oben reinguckt, ob ich irgendetwas sehe, was nach Schwarmzäumen aussieht, eventuell zwei Waben mitgeruht, in den Körn abnehmen oder vorhanden, transportieren und schauen wir mal. So, als erstes, die Körnchen abnehmen, stellen wir ab den Stahlschutz, damit wir es so nicht kriegen. So, jetzt schließen wir uns hier, boah, richtig schwer, zack, drücken wir euch, so. Das Absperrgitter ist gut, wird Kruppelis gelegt. So, das Absperrgitter ist zugebaut da, so sieht das Absperrgitter jetzt im Moment aus. So, leider muss ich diesen langen Temperatursensor immer rausnehmen, der lässt sich jetzt sehr ausziehen, der Temperatursensor, das kann man sehen, ja, das kann man sehen. Und eine Lanze für zwei Zahlen im Plus. Und ich gucke mir jetzt einfach mal oben so eine Zahl an. Und dann höre ich eine, wo auch wieder einen Anfahrtsstreifen, irgendwann. Das teste ich mal. Und da nehme ich jetzt ein bisschen rauf, weil jetzt habe ich keine Lust mehr auf dem Kühlchen. Kühlchen. Und dann gehen wir sofort zurück in die Wabengassen, sehr schön. Was haben wir denn hier? Ja, alles mit Honig vollgetragen, also ein Anfangsstreifen mit ausgebaut, es ist nichts drin zu erkennen. Hier sind relativ große Waben und alles mit Honig vollgebaut. Ich will das mal so zeigen, dass man das ein bisschen sehen kann. Auf der Seite ist schon mehr Honig drin. Ich nehme mal eine übernimmste Wand daneben. Voll ausgebaut, das war eine ganze Mittelwand. Ich sehe ausschließlich Honig hier ein bisschen volle, nichts was irgendwie, wir laufen verdrungen rum, irgendwie aussieht, als wir wollen vom Gluten. So sieht das aus. Ich kipp's mal in alle Richtungen. Ja. Jetzt habe ich noch eine etwas ältere Wabe, die ist hier am Abend. Die schaue ich mir mal an. Honig, Honig, Honig. Ich weiß, was das sieht aus wie Drohne, aber nichts was aussieht wie Brut. Also im Prinzip ist das ein ingebruteter Honigraum. Ich kontrolliere den mal weiter. Vielleicht kann man hier tatsächlich auch ein bisschen weiter verbunden. Dann kommt der gleich aufs Absperrwetter. Ja, keine Brut. Das werde ich machen. Dann werde ich auch das Absperrwetter stellen. So. Also von den drei Zahnen, die hier sind, ist die oberste auch voll mit Honig und jetzt nix. Da sehe ich auch, dass das hier auch so drin ist. Okay. So. Jetzt probiere ich das mal an, ob das geht. So. Das heißt, ich stelle die hier drauf. Ich stelle diese ganze Zahne auf. Die andere Hohenzahl mache ich jetzt einfach mal. So. So. Drauf. Wir haben es zu der Weltkarte drauf. Hier gebe ich jetzt ein bisschen Rauch und hoch, weil ich jetzt hier mal was anderes finde als Honig. Hier sind große Tiere mit riesigen Augen. Ich sehe von hier oben schon etwas. Das werde ich mal als verdoppelte Gemüt klassifizieren. Das hat gute Wienchen. Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele. Da habe ich ja doch noch ein paar. Ja. Da habt ihr da. Da ist ja drin. Da gibt es nicht so verrächtig raus. Ich hole mir das an. Ich nehme mal etwas, was ich hier als Kronenrahmen gekennzeichne habe. Da gibt es zwei Stück drin auf gegeneinander. Zwei Kronenrahmen. Zwei Kronenrahmen. Kronenrahmen. Da ist etwas, das sieht nach gut aus. Vielleicht ein Spielnötchen. Aber im Prinzip auch ein wesentliches Drohnenboot. Ich würde sagen, hier ist Drohnenboot drin. Ja, gerade. Okay, jetzt gucke ich mal, ob ich die Königin sehe. Ich sehe nichts, was aussieht wie eine Königin. Jetzt versuche ich doch mal, ob sie gut zeigen kann. Das ist neu. Und zwar hier. Na, ja. Oh, da. Wie ich jetzt hier schlecht erkenne, das sieht man es auf dem Video. So. Hier sehe ich jetzt etwas, das sieht aus wie verdeckt. Hier. Verdeckerte Brut. Wohne ich natürlich auch. Viel Pollen, viel. Alles kreuzen quer durcheinander. Nichts, was ich für eine Königin halten würde. Verdeckerte Brut. Jetzt müssen wir doch alle mal angucken, weil da ein bisschen Rauch drauf ist. Das wird hier doch ähnlich. Hier ist eine Waage, die sieht sehr stark gegründet aus. Die ist auch aus letztem Jahr. Die ist sehr leicht. Das sieht so aus, wie die berühmte Gewandung rauskommt. Sehr sinnvoll. Da ist ein Spielnöpfen. Auch nichts, was unten in den Stiftungen aussieht. Nichts, was unten in den Stiftungen aussieht. Nichts, was unten in den Stiftungen aussieht. Das Löffel 1 ist offen. Leider kann ich es nicht sehen. Hier ist etwas, das könnte man für eine Weise zu haben. Da ist etwas drin, aber ich kann nicht erkennen, was. Die nächste, das war meine ganze Mittelwand. Dicke Male Einzündung. Keine Königin zu sehen. Unten Weisenzellen. Ich würde sagen, da unten sind Weisenzellen. Hier eine Weisenzelle in Mache. Das heißt, das wäre ein Klimakandidat. Um den in den anderen rumzutöpfen. Und hier habe ich auch Brut. Ja, Brut. Also Brut verschieden Alters. Keine ganz junge Brut. Ich sehe keine Stifte. Es ist alles irgendwie verdeckelt. Ich sehe auf der einen Seite zwei Weisenzellen hier. Hier sind zwei Stück. Auf der anderen Seite sieht es aus wie Spielnäpfchen. Ich kann nicht erkennen, was drin ist. Wir sehen hier. Den werde ich tatsächlich jetzt drüben umhängen. Ich hoffe, dass ich nicht drüben will. Ich sehe nichts Agiles hier rumwieseln. Wir sehen. 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 Das ist ein schönes, fettes Honigbrett und sonst nichts. Nur Honig. Okay. So. Ich müsste eigentlich da oben mal reinschauen. Ich rischiere das mal. Dann nehme ich hier als Zwischenteil meine Edelflucht. Ich stelle diese Zahre da jetzt drauf, macht die Decke, macht da komischerisch ein Differ drauf. Die kann ich den unteren Ohr kontrollieren. Dann probiere ich das. Zack. Ich gehe. Ich stelle die Decke drauf. Ich schreibe das mal mitten rein und hole mal eine leichte, sehr volle raus. So. Dicke Maden. Viele dicke Maden. Bein Honig. Etwas, was aussieht wie ein Spielnäckchen, eine Weisezelle. Ich zeig's mal. Ich schüttle mal ein paar Bienen ab. Das wäre ein Kandidat. Zumindest hat der Brut. Und da oben eine, das sieht aus wie eine Nachbeschaffungszelle. Dieses Ding nehme ich jetzt und topfe das auch um. Das stimmt. Otten lang whiche Ad Ish��. Und den Augen. Das stimmt. Ich sch brauche die Maden. Wissenschaftskurla und Teller grundlegschutzung. Das stimmt. Ich schuze. Ich sch觉得 wichtig. Wir haben jetzt kaum Futter, das ist ein Problem. So, was habe ich hier noch? Die Mischangelage ist auch sehr leicht. Viel Blut, keine Stifte, keine Königin, sieht auch gut aus, würde ich auch nähen können. Und hier oben sehe ich auch etwas, das sieht aus wie eine markische Fischzelle. Jetzt muss ich wohl größer Gedanken um das Futter machen, für die zwei, die ich gerade rausgenommen habe. Dann muss ich mir irgendwas ausdenken. Ja, da kann ich eben in die Gesicht. Hier sind sehr kleine Magen, also wenn, dann würde ich die Königin eher hier verwenden. Das war jetzt am Rand. Kommt alles voller Honig. Unten, Schwanzeln würde ich sagen, hier. Ich sehe keine Königin. Ich weiß es nicht. Da ist sie hier in die Wiesen drin. Ne, sehr viel Unruhe, ja. Ich baue alles wieder zusammen und ersetze die herausgenommenen Rähnchen durch. Ich baue alles wieder zusammen. So, die werden jetzt sehr unruhig, das wollen wir jetzt gleich auch mal beenden hier. Ich werde alles verlassen, wie es ist. Hier in den Holzbüchsen. Da habe ich jetzt noch ein bisschen gebrochen. So, ich finde die Anfangsstreifen, das hat sich eigentlich bewährt. Das hat sich eigentlich bewährt. Das hat nicht funktioniert. Ich finde die Zwischensätze wird auch ordentlich ausgebaut. Ja, mit dem Streifen allein. So, das ist ein Ding hier. Dann setze ich jetzt gleich die gebrütete Ware zurück. Ich setze dann das Absperrwetter drauf und dann die beiden Räume, die ich für Honigräume behalten habe. So, jetzt habe ich wirklich vorbei, alle hier wieder drin. So, da sollte ich den Po heben, sondern wieder reinheben. So, das hat sich schon drauf gesetzt. Ja, habe ich. So, darauf kommt jetzt das Absperrgitter. So, dann habe ich im Prinzip nur zwei Bluträume. Ich hoffe, dass der noch die Kürnige drin ist. Da muss aber jetzt der Sensor rein. In den Bluträumen. Mach ich mal. Das ist jetzt, dass ich die Kürnige verletze. So. Ich bin auch schon ein bisschen zusammenschieben. So, jetzt kommt die Aktion mit der Absperrte. Und jetzt in der ehemals richtigen Reihenfolge, rückt jetzt auf der untere Räume, dann hoch und dann hoch und dann hoch und dann hoch. Ich setze den alten Honig und das Mittelflucht hier oben drauf. Nun werde ich den Räume anziehen. Ganz schwer schon, der gibt es oben drauf, da können wir es langsam aber sicher verlassen. Alle übrigen Bienen schüttel ich jetzt hier oben in diesen Honigraum. Hier schläge ich ordentlich ab. Einmal Schuppe. So. Hier drauf. Deckel drauf. Und gut. Das ist jetzt hier in einer anderen Orientierung. So. So. Jetzt baue ich ihn noch ordentlich zusammen. Und dann kommt die Rat um die Räume. Dann kommt die Räume. Und dann kommt die Räume. Alle Räume vergessen. Hier. Dann geht's los. Dann geht's los. DannPlexion. Hier, im Ausland. kommt da jetzt noch ein lehrbar bereich und schauen was so was wirkt